Das bedingungslose Grundeinkommen gibt uns mehr Kapital im Alter. Wie ist das möglich? Nun, es beginnt alles damit, dass wir den Armen heute mehr Geld geben. Diese Armen können dieses Geld ausgeben, denn sie müssen es ja nicht mehr sparen. Das bedeutet, dass die Unternehmen mehr Gewinn machen, denn sie können mehr Produkte verkaufen. Und das bedeutet, dass die Eigentümer dieser Unternehmen, die Aktionäre, eine höhere Rendite erhalten. Weil heute die Pensionskassen hauptsächlich auf Renditen im Aktienmarkt angewiesen sind, bedeutet das mehr Kapital im Alter. Und das Geld, das wir heute den Armen geben, werden wir später mit einer Rendite selbst im Alter ausgeben können. Das Ganze ist nicht neu. Dabei, die berühmtesten Ökonomen aller Zeiten, John Maynard Keynes und Milton Friedman, haben das in der grossen Depression schon vor 100 Jahren empfohlen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sicherer Weg für mehr Wachstum. Ein genauer Zeitpunkt Vielen Dank.